Hallo Laura, ich wollte dir nur sagen, wir haben ja nicht ganz doll lieb. Leute, schauen mal wer vorbeigekommen ist jetzt noch kurz vor der Show, um mir die Daumen zu drücken. Du bist ja auch gleich live vor Ort in der Halle, ne? Ja, ich bin live vor der Halle und heute ganz, ganz, ganz geboten Anrufen für Laura. Also es ist verrückt, ich habe noch nie so ein großes Kleid an. Das ist ein Gewicht, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so viel Stock, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das ist total gut und ich freue mich. 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 packing, Nuclear Health King masin. Ich freue mich. Ich freue mich. Es ist sehr gut.